Hallo und herzlich Willkommen zum 63. Beitrag. Ja, wie angekündigt, heute geht es um den Henschel Wegmann und zwar ist der Zug mittlerweile fertig, so wie ich mir das wünsche. Er fährt ganz gut, es ist alles so gebaut, dass es klappt und dass man dann auch was mit anfangen kann und es funktioniert. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal eine Runde und schauen uns das auf der Schienenstrecke an, dann gibt es ein paar Infos dazu und dann schauen wir mal in den Waggon rein und ich zeige euch, was ich alles so angepasst habe und was ich gemacht habe. Ich werde euch auch oben in der Beschreibung nochmal Links zu anderen Videos über den Henschel machen, weil ich ja meine Waggons modifiziert habe oder angepasst habe für die Strecke, damit ich bei mir um die R40 Radien komme. Und ja, wie gesagt, starten wir mal. Ich tue jetzt auf Stufe 5 mal gehen. Ich habe mittlerweile in dem ersten Waggon zwei Motoren drin. Ich habe das Y-Kabel von PV bekommen und ein Farbsensor ist auch drin. Ich wurde angeschrieben wegen meinen Zügen, dass sie, warum ich da mit zwei Motoren reingehe und warum die so, ja ich manchmal so Probleme habe. Es ist einfach so, dass wenn man einen Zug in der Größenordnung hat und dann auch mit so vielen Waggons fährt, es ist nicht immer ganz so einfach, weil die Waggons sehr schwer sind. Der Zug hat ein sehr hohes Gewicht und man kann nicht alle Züge miteinander vergleichen. Und gerade die langen Waggons, ihr seht hier, wenn die um die Kurven herum fahren, dann wird der Zug einfach langsamer, weil der Widerstand anders ist. Auch jetzt, wenn er hier aus dem Zug raus fährt, je mehr Kurven drin sind, umso mehr wird abgebremst. Deshalb habe ich auch, wie gesagt, meine Waggons umgebaut, ein bisschen angepasst, damit die vom Fahrgestell her nicht mehr so lang sind. Und wenn dann manche dann so Videos zeigen, es wird dann immer, wenn es bergauf geht und um Kurven geht, gesteuert. Ich habe jetzt noch mal drei Stufen hoch gestaltet von der Geschwindigkeit, weil sonst bleibt der Zug hier hinten im Tunnel stehen. Und dann kommt dann das mit der Automatisierung. Es ist halt relativ schwierig, den Zug einfach auf Stufe 4 oder 5 laufen zu lassen. Und dann, dass das Ganze gleichmäßig geht. Also man muss dann tatsächlich bei großen Zügen steuern. Und mit der Automatisierung kann ich dann eben über den Farbsensor einmal das Ganze einstellen und bergrau fährt dann der Zug schneller und bergrunter langsamer. Dazu gibt es aber dann bald mehr in den nächsten Videos. Und wenn ich dann hier vorne, wir haben ja hier den ICE stehen. Beim ICE, der ist total leicht. Da funktioniert es mit einem Motor und auf Stufe 5 und ich kann den Zug gleichmäßig fahren lassen, was hier bei so einem großen Zug wie den Henschel oder bei anderen Zügen nicht so funktioniert. Bergrunter muss ich jetzt bremsen, weil sonst fällt er mir hinten aus der Kurve raus. Und hier kann ich dann wieder etwas schneller fahren. So, machen wir die Runde zu Ende. Ihr seht, er fährt gut. Es läuft. Berg rauf gebe ich dann wieder Gas. Und da oben bremse ich schon wieder. Ok, dann fahren wir mal langsam in den Bahnhof rein. Und dann tun wir die Kamera mal hinstellen. Und wir machen den zweiten Waggon einfach mal auf. Ja, zur Lok, die ist jetzt ganz normal. Wie gesagt, da gibt es jetzt einige Umbauten. Da verlinke ich euch die Videos. In dem ersten Waggon hier, dem Speisewaggon, da ist jetzt ein Powered Up drin. Hat jetzt wieder ein bisschen gewackelt. Sorry. Da ist ein Powered Up drin. Ich habe vorne einen Motor. Ich habe einen zweiten Motor drin. Ich habe das V-Kabel drin. Dann sind hier meine Personenwagen mit den angepassten Fahrgestellen. Dann habe ich hinten den Speisewagen jetzt noch dazu bekommen. Da ist jetzt auch das vordere Fahrgestell angepasst. Ich sehe gerade, ich habe da scheinbar was verloren. Ja, und wie gesagt, Infos zu den Waggons gibt es dann in den anderen Videos. Jetzt stelle ich die Kamera mal her und dann schauen wir mal in den ersten Waggon rein. So, sind drei Teile vom Dach. Das ist so im Bauplan drin. Ich habe das Dach auch hier ein bisschen verstärkt mit diesen zusätzlichen Plates, weil sonst fällt mir das zu oft auseinander, wenn ich das Ganze raus mache. Und ich habe auch hier die Durchgänge oder Übergänge zu den anderen Waggons auch angepasst. Seht ihr auch in dem anderen Video drin. Ja, wie gesagt, das hier, das ist jetzt dieses Y-Kabel von PV. Einmal gehen wir hinten an den hinteren Motor. Motorrichtung Kabel geht nach vorne. Und bei dem hier geht auch das Kabel nach vorne raus. Das hat sich hier bei dem Waggon angeboten, weil ja unten dann das lange Fahrgestell ist und deshalb habe ich das auch da vorne reingebaut. Also das Kabel funktioniert super, geht auf dem Hub drauf, klappt. Ich werde euch auch, wenn es klappt, einen Link dazu machen zum Ali. Man kann diese Sachen einzeln bestellen. Was man allerdings nicht bekommt, das ist jetzt die Komponente hier. Man bekommt zwar die Buchse, aber das andere Teil hier scheint aus dem Teil Drehdrucker zu sein. Ich sage, wenn jemand selber basteln will, ich kann euch das nochmal gern reinmachen. Und es gibt die Kabelstücke einzeln zu kaufen. Wenn da jemand Interesse hat, vielleicht könnt ihr was mit anfangen. Mal schauen, ob ich vielleicht auch was kaufe in der Richtung. Aber momentan ist das nicht geplant. Dann ist nun mal der Hub drin. Ich habe dann vorne eine Öffnung drin und ich habe auch die Öffnung jetzt vier Noppen breit gemacht, weil wenn das nur zwei Noppen ist, dann ist die Beweglichkeit zu gering. Und dann habe ich wieder in den Kurven, wenn ich rumfahre, so sieht man es, habe ich dann wieder Widerstände oder Sachen, wo Kraft kostet. Damit dann kommt es halt nicht so schön an vom Fahren her. Und hier auch bin ich mit vier Noppen Abstand vom Loch drin, damit sich das Ganze gut bewegen kann, das Ganze. Und auch Hinweis nochmal, wir haben, was ich auch empfehlen würde, wenn ihr die Waggons kauft. Im Bauplan sind zwei so Technikplates übereinander mit den Löchern. Dann fallen euch die Fahrgestelle raus. Ich habe nur eins drin, damit ich den Waggon hochheben kann, ohne dass das Fahrgestell rausfällt. Ja, was habe ich noch gemacht? Ja, es wird vielleicht auffallen an den Seitenteilen, da habe ich jetzt auch selbst wieder gebaut. Zwar habe ich, das sind die normalen Seitenteile, was es hier gibt. Ich habe diesen schwarzen Böbel, das mit praktisch das Teil hier, habe ich abgeklipst mit dem Seitenschneider. Ich habe es praktisch dann mit der Pfeile klar gemacht. Und dann habe ich eine 1x3-Fliese, hinten ein älteres, 1x3-Teil genommen, habe es drauf und habe das mit Aceton festgeklebt und dadurch ist dieses Bauteil entstanden. Man könnte jetzt oben noch eine Fliese drauf machen, aber es war es dann wahrscheinlich auch wieder nicht, weil da zwei Noppen sind und ich bräuchte eigentlich eine 1x3-Fliese. Es ist, ja, ich weiß nicht, es ist ein bisschen unglücklich von der Geometrie von Lego her. So, das ist so das Innenleben jetzt vom Waggon. Die Sachen habe ich entsprechend auch angepasst und vorne ist dann eben mein Farbsensor drin und dann wird es demnächst das Video dazu geben und dann werden wir den kompletten Zug, werde ich mit euch mal programmieren und euch zeigen, wie man dann, ja, dass wir gemeinsam mal probieren, wie man das Ganze dann auch automatisch steuern kann. Ich zeige euch dann auch, wo entsprechend meine Fliesen drin sind für die Steuerung. Ja, das war's jetzt so erstmal. Mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen. Wir können machen nochmal eine Nahaufnahme und schauen uns den Zug nochmal von vorne nach hinten an. Also, er ist klasse. Ich bin ganz zufrieden und so stelle ich mir das auch vor. So ist er auch im Original gefahren. Bei Wikipedia kann man das nachlesen. Zwischen Dresden und Berlin war der Zug unterwegs mit vier Waggons. Zwar jetzt nicht mit zwei Speisewaggons, eventuell müsste dann vielleicht einer von dem Fernseher ein bisschen umgebaut werden, damit es zum Original passt. Aber ich denke, so ist es okay, wie es momentan ist. Ich würde sagen, wir tun jetzt nochmal abschließend fahren. Ich starte jetzt mal noch mit dem ICE zusätzlich und zeige euch das auch kurz. Ich gehe jetzt hier drauf und mache einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. So, und da fährt er los. Da ist jetzt nur ein Motor drin. Und weil hier die Waggons an dem ICE total leicht sind, kommt man da auch mit einem Waggon zurecht. Ich nehme an, dass da drei Waggons in den Zug so schwer sind wie die Einwaggons vom Henschel. Und dann fahre ich mit dem Henschel noch los. ICE lasse ich jetzt gleichmäßig fahren, alleine. Und den Henschel Wegmann natürlich noch ein bisschen mit der Hand steuern, damit er dann auch nicht zu schnell bergrunter wird oder mit einem guten Berg rauf kommt. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt mir, abonniert mich, wenn ihr nichts verpassen wollt. Wenn ihr Anregungen und Tipps habt, sagt Bescheid. Im nächsten Video werden wir wieder was bauen. Und danach... Fangen wir an und programmieren den Henschel Wegmann Zug. Jetzt gucken wir nochmal auf den ICE. Wie gesagt, das ist immer noch... Fernbedienung liegt hier. Es ist immer noch auf einer Stufe geschaltet. Und wenn wir die nächsten paar Wochen weitermachen, dann schaffen wir das auch mit drei Zügen zu fahren. Eventuell sogar mit vier Zügen. Funktioniert klasse. Mit zwei Zügen auf der Brücke hatte ich auch noch nicht. Die Weiche hat wieder gut geschaltet. Ja, wie gesagt, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Sorry. Bye. 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 Bye.